UCC Hamburg Axel Really? Ist das dein Ernst? Ja, es läuft wieder mal einiges hier im Internet und zwar geht es heute darum, dass ich verschiedene Anfragen erhalten habe. Ich habe ein Message erhalten, Nachrichten, Leute kamen zu mir und haben gesagt, hey, hast du das neueste Video von UCC Hamburg gesehen? Da zeig dir mal so ein paar Sachen, einen kleinen Einblick in Schusswaffenhandhabung, Schusswaffentraining. Ich habe es wirklich tatsächlich irgendwie verpasst, danke an dieser Stelle nochmal an die Jungs da draussen, die wir das Video geschickt haben. Ich habe mir das dann angeschaut und als erstes, bevor ich euch den kleinen Ausschnitt kurz zeigen möchte, habe ich einen YouTube Short gemacht und das möchte ich euch kurz zeigen. Ja, moin Community, kommen einige Videos in Zukunft, ich habe euch nicht vergessen, aber es ist einiges los hier, aber ihr dürft euch freuen. Aktuell, ich habe es vielleicht gesehen, ich habe einen Beitrag gestellt auf YouTube SW Content, es geht um ein neues Video von UCC Hamburg, wo am Schluss kurze Sequenzen gezeigt werden, im Umgang mit Faustfeuerwaffen und einer Pump Action und ich denke, da müssen wir mal das ein oder andere dazu sagen, wie immer natürlich mit Respekt. Aber ja, was denkt ihr dazu? Macht euch mal kurz schlau, UCC Hamburg Training mit Waffen, ihr findet es in meinem Beitrag auf YouTube. So, das habe ich also online gestellt, ihr hört selber, ich spreche da schon wieder von Respekt, ich äussere keine Kritik, ich stelle so in den Raum, ja, was sagt ihr? Schaut euch das Video an, wollen wir darauf was sagen? Wollen wir reacten? Mit Respekt, liebe Jungs und Mädels da draussen, Axel, UCC Hamburg, was läuft? Was läuft? Wo haben wir SW Content, wo habe ich dich aktuell bis Stand heute irgendwann mal respektlos kritisiert oder Äusserungen angebracht? Wo? Den Beitrag, den ich kurz vorher erstellt habe, den zeige ich euch auch noch. Ihr findet hier meinen YouTube Channel unter Community, gibt es hier den Beitrag. Obwohl noch einige Videos von mir in der Pipeline und somit in Planung sind, habe ich das Gefühl, dass ich eine bestimmte Reaction vorziehen muss. Es geht um den Schluss in diesem Video. Thema Feuerwaffen und Handhabung, was sagst du? Dann habe ich unten dran das Video von UCC Hamburg von Axel geteilt. Das war's auch schon. Das war's auch schon. Okay? Es gab verschiedene Kommentare. Mein Short, das Video, was ich euch gezeigt habe, wo ich spreche, der Short, kurz, mit Respekt, wurde 500, 600 Mal angeschaut bis jetzt oder mehr, ich habe es gerade nicht im Kopf. Und da gab es natürlich einige Kommentare. Und wir wollen uns kurz in die Kommentare reinlesen. Da gibt es beispielsweise Kommentare von Andi, der schreibt, das wird sehr spannend, freue mich auf das Video. Da du auch Spezialist bist, geh nicht zu hart ins Gericht mit ihm. Die Waffenhaltung sagt alles. Ich finde diesen Kommentar in Ordnung. Ich finde ihn in Ordnung. Dann Flo Fight & Fitness, grüße gehen raus. Er schreibt, fachlich leider komplett an taktischen Reality-Based-Schusswaffentraining vorbei. Das kann man schreiben. Das kann man sagen. Ich finde nicht, dass dieser Kommentar jetzt hier respektlos ist. Das ist seine Meinung. Und darf hier so auf meinem YouTube-Channel geäussert werden. Haben wir beispielsweise einen Kommentar von Fred. Mich stört ehrlich gesagt, dass er auf der Schiessbahn die ganze Zeit sichtbar den Finger auf dem Abzug lässt. Selbst wenn er mit der Waffe nicht zielt und schiesst und die Waffe sogar absenkt. Auch dieser Kommentar für mich völlig okay. Dann noch ein weiterer von VD. Er schreibt, wow, sieht so aus, als ob er schon oft so geschossen hat. Es wirkt in der Ausführung routiniert, soweit man es im Video sehen kann. Taktisch und sicherheitstechnisch gibt es sehr viel, was er verbessern sollte. Er sieht auch eher nach etwas aus, was ihm Vergnügen bereitet, als nach etwas, was er ernsthaft gut machen will. Mich würde interessieren, was du dazu sagen möchtest. Damit meint er mich. Vielleicht findest du ja etwas, was er richtig gut vorbildlich macht. Gehörsschutz zum Beispiel. So, Community. Auch Axel hat kommentiert. Ich habe das hier auf dem Handy bereit für euch. Und Axel schreibt. Schön, dass es hier so viele Spezialisten gibt, die um die Wette klug scheissen. Offensichtlich seid ihr allesamt Leute, die das Schiessen auf typisch deutsche Art gelernt haben. Ohne beinig, beide Arme ausgestreckt und so weiter. Leider wird ja die Polizei ebenso wie die Bundeswehr in genau dieser exponierten Art unterrichtet. Aber ich sage euch, glaubt es oder lasst es, meine Art ist hundertmal sinnvoller. Ich kann mich durch meinen Stand viel schnell bewegen, bin stabiler im Stand wahrscheinlich und schon mal was von Offline-Konzepten gehört. Und trotzdem immer das Ziel im Auge behalten. Durch meine Armhaltung gibt es kein Verreissen. Ausserdem schützen die Unterarme, Herz und Kopf. Ich treffe alles, was ich treffen will. Und das seit über 35 Jahren. Das Konzept ist wie beim Kammsport. Sei nicht da, wo der andere hinschiesst, aber triff immer. Ist mir aber auch egal, wenn ihr das nicht versteht. Ich sage mal, die Schiessausbildung der Polizei und Bundeswehr in Deutschland ist genauso schlecht und überholt wie die Nahkampfausbildung. Aber macht, was ihr wollt. Ihr müsst damit zufrieden sein. So, dieser Kommentar für mich, geschrieben auf meinem YouTube-Channel, da bestimme ich die Regeln, eigentlich noch okay. Es ist ein bisschen offensiv. Es wird geklugscheissert, schreibt er auf meinem Channel. Irgendwas von Bundeswehr und Polizei von Deutschland. Axel, falls du irgendwann oder irgendwie mich gemeint hast, ich bin Schweizer, ich war nie bei der Bundeswehr. Okay. Der Kommentar. Okay. Ich schreibe dazu. Finde deine Art und Weise der Kommunikation auf meinem Kanal nicht korrekt und respektlos. Er schreibt dazu. Es wäre Content, aber das, was die anderen schreiben, ist für dich okay. Habe ich euch gezeigt? Ja, ist für mich okay. Wenn das so ist, dann solltest du deine Reaktionen auf meine Videos lieber lassen. Alles, was ich schreibe, ist nun mal die Wahrheit. Und es ist das gleiche wie mit dem UCC. Alles, was ihr nicht kennt und nicht in euer Mainstream-Schema passt. Mainstream. Ist schlecht. Aber es ist genau das Gegenteil. In wie vielen Schiessereien wart ihr denn schon? Und ich, wie oft habt ihr an realistischen Simulationen teilgenommen, bei denen auch auf euch geschossen wird? Allein letzteres habe ich über 100 Mal gemacht und ersteres habe ich auch überlebt. Ich sage hier meine Meinung, die auf Erfahrung beruht. Und es ist mir der klassische Schiessausbildung das gleiche wie beim Kraft Maga. Da wird der Müll von Leuten übernommen, die den gleichen Müll von anderen übernommen haben. Niemand war, aber mal in einem richtigen Gefecht. Aber alle sind Spezialisten. Wie gesagt, macht, was ihr wollt oder lasst uns auf der Schiessbahn treffen. Mal sehen, wer schneller schiesst und öfter trifft. Aber diese Klugscheisserei ist einfach nur albern. Welche Klugscheisserei, Axel? Ich habe ein Short gemacht, habe ich euch gezeigt und einen Beitrag gestellt. Ich schreibe dazu, du verstehst sicherlich, was ich gemeint habe. Wir sind fast durch mit diesem eher langweiligen Teil. Er schreibt dazu, SW-Content, du, ich habe absolut nichts gegen Kritik, aber nur solange sie einem besser macht und von Leuten kommt, die sich auch erlauben können. Ich finde hier aber weder das eine noch das andere und das wird sich auch nicht ändern. Wir sollten es einfach dabei belassen. Jeder soll machen, was er will, denn jeder muss damit zufrieden sein oder macht eine Community auf, in der ihr euch gegenseitig. Wie toll ihr seid und wie es geht, aber lasst mich da raus. Es sei denn, ihr wollt mal was Neues, Funktionelles lernen. Es ist für mich relativ schwierig zu folgen, zu folgen. Ich schliesse ab und schreibe, Axel, deine Art erscheint fordernd und offensiv schade. Ich persönlich habe noch nichts dazu gesagt und es beginnt bereits. Krasse Meinung und Vorurteile von dir. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiss. Ciao. So, jetzt schauen wir uns mal kurz an, welches Video ich gemeint habe von ihm. Trockentraining, Trockentraining. Und natürlich auch entsprechend auf der Schiessbahn, wie sich das gehört. Aber das ist Sondertraining, das gehört nicht zum normalen MCC dazu. Aber für mich ist das schon Standard. Noch einmal, Community, noch einmal. Und natürlich auch entsprechend auf der Schießbahn, wie sich das gehört. Und natürlich auch entsprechend auf der Schiessbahn, wie sich das gehört. Aber das ist Sondertraining, das gehört nicht zum normalen MCC dazu. Aber für mich ist das schon Standard. Ich habe gar nicht los Lust, diese kleinen Sequenzen, das sind ein paar Sekunden, im Detail zu bewerten oder meine Meinung dazu abzugeben, weil es nicht notwendig ist. Es ist nicht notwendig. Und das ist ja eigentlich das Krasse daran. Du filmst dich in einer Gesamtzeit von vielleicht 10 Sekunden im Zusammenhang mit Schusswaffen und man muss nichts dazu sagen, weil alles klar ist. Es ist alles klar. Für all jene Personen, welche sich mit Tactical Shooting, mit Self-Defense Shooting auseinandersetzen, Es braucht für all jene Personen keinen Kommentar von mir. Es braucht nur die kurzen Ausschnitte von Axel und UCC Hamburg. Es braucht nicht mehr dazu. Ich würde euch empfehlen, schaut das Video, die Sequenz ein paar Mal an. Konzentriert euch auf Handhabung. Wie wird die Waffe gehalten? Konzentriert euch auf Awareness, auf die psychologischen Faktoren im Zusammenhang mit Schusswaffen. Konzentriert euch auf Position des Fingers. Konzentriert euch auf den Zustand der Waffe und die Aufmerksamkeit des Schützen. Konzentriert euch auf die Positionen, auf die Abläufe. Dann ist es nicht nötig, dass von mir diesen kleinen Ausschnitt bis ins kleinste Detail auseinandergenommen wird. Ihr wisst, was ich meine. Trotzdem können wir uns mal kurz, im Zusammenhang dazu, noch zwei Videos anschauen. Das eine Video ist von einer Koryphäe, einer Person, die wirklich gut ist. Es gibt ein paar gute Jungs und Mädels da draussen. Natürlich und selbstverständlich. Ich trainiere auch mit einigen davon persönlich. Ich habe bereits Kurse gemacht. Und wir können auch noch ein kleines Video von mir anschauen. Das ist schon neun Monate her. Hat also nichts zu tun mit Axel. Und ihr werdet definitiv die wichtigsten Punkte darin wiedererkennen. Wir beginnen kurz damit und ich wünsche euch viel Spass. Mojo, come on in. Mojo, we've had you on before, man. Mojo, grüße gerne raus. Mojo, you've been on before. I just want to let you introduce yourself really quickly. Cop, Prime Marine. So, hi. Hi again. Asian shooter, very speaks fast, shoots fast, eats ass. Der Typ ist richtig krass. Ich sag's euch, der Typ ist richtig krass. Hey, man, do you want to go ahead and introduce yourself? Yeah, Sean, 10 years, currently serving. Infantry the whole time, nothing sexy. That is sexy, you are sexy. You look good. Thank you, I appreciate it. But that's about it. Good, so we're going to have Sean here as one of our demonstrators as we're kind of talking about it. So thanks for getting on here, Sean. Get the fuck out of the camera now. I'm out. Do I stay, too? I'll stay. No, I need you here. Okay, cool, I'm here. Mojo, I want to go ahead and leave it up to you, man. We're going to talk about recoil control. If anybody I've ever seen shoot, you're among the best when it comes to controlling the recoil on a gun very efficiently. Keinlich bestätig. I was hoping you could give some tips to my viewers. Tell them about what they can do at home, what they can do on the range, drills, talking from pistol to rifle. Just lay that knowledge on us, man. So let the color pistol first. Okay, yeah. A lot of the times do's try to muscle the gun quite a bit. Schaut euch mal sein Shirt an. Dann wisst ihr, was ich meine. Dann wisst ihr, warum ich sage, es ist nicht nötig, darauf zu kommentieren. Es ist wirklich nicht nötig. Es tut mir leid. Das soll auch keine Beleidigung sein gegenüber Axel. Ich habe keinen Bock. Es ist nicht nötig. Es wäre schon fast. Kindergarten würde ich als Experte in diesem Bereich, da es mein Beruf ist, verknüpft mit jahrelangen Erfahrungen, auf diese 10 bis 15 Sekunden reacten auf Axel. Es ist einfach nicht notwendig. Also, mussulung der Angegne ist nicht ein schlechtes Ding. Aber in der Wände, wir wollen wir mitnehmen, die Funnen, die Rheben und die Rheben und die Elbowsen und die Wände, und wie wir die Wehren und die Handen stellen, zu tun, zu tun, zu tun für uns, zu tun, zu tun. Weil, für lange Zeit, wenn du musst, 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 du kannst, du musst, 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 du musst. So, eine der größte Sache mit Recoll Control ist, ist, die Idee, dass es nicht wie flat das Angegne ist, aber es geht um, wie wie flat dasъ Walker ist, Wir schauen nicht lange, aber wir wollen mal kurz eine Schisssequenz sehen hier. Wisst ihr, was ich meine, Community? Wisst ihr, was ich meine? Ich meine prinzipiell, der Typ, der jetzt schiesst, das ist eigentlich der Typ, der kontrolliert werden soll, das ist jener Typ, der dann Tipps bekommt, um das noch besser zu machen, weil die anderen zwei sind Cracks, die sind richtig krass drauf, also weltweit richtig krass drauf. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Das weiss jeder. Und schon wenn jetzt der Jüngere hier, den ich euch gleich wieder zeige, wenn der die Waffe in die Hand nimmt, wenn der ein Chamberjet macht, wenn die Handhabung mit der Waffe, der Umgang mit der Waffe, dann sieht jeder, dass der trainiert ist. Man sieht, er ist trainiert. Wisst ihr, wie ich meine? Auch hier würde es keinen Sinn machen, Kritik anzubringen, weil, hey, also man kann auch mal irgendwas stehen lassen. Also wenn man ein Video zeigt von sich selber, dann wissen die Experten, ohne dass man ein Wort darüber spricht, Experten sehen sofort, in einer Sekunde, da wird trainiert, die Leute haben Ahnung, oder eben nicht. Das ist, ja, es tut mir leid, es ist manchmal doch einfacher, als man meint. Nice. Okay, awesome. So you shot really well. There's not a lot to fix with you. So one of the biggest things, so go ahead and draw the gun again. I think one of the most important parts is obviously establishing a high-tank grip from the draw. So a lot of the times dudes will kind of grab the pistol and then however it sits, it sits and they start working it. So a lot of the times what we want to try doing, at least with the pistol itself, is get a high as humanly possible on the back strap of the gun. Because obviously what we're looking at is the slide is the part that's moving. So being the slide is moving, we want to, essentially, Travis Hayes is the best and it's one of the things he said in his old original Magpul DVDs, where if we could... Ich glaube, ihr habt genug gesehen. Nur mal kurz auf meinem Channel ein Ausschnitt einer anderen Person. Es soll nicht hier rüberkommen, dass ich überall Kritik anbringe. Sowieso nicht. Ihr kennt mich, ihr kennt meinen Channel. Ich bin sehr, sehr respektvoll mit allen hier, aber ich kann dann auch mal anders. Aber dann ist es fundiert, begründet und ich wollte euch einfach mal zeigen, ja, checkt das Video ab von den Typen. Da gibt es noch andere Korri-Fan auf YouTube. Wirklich krass, sehr gut, kompetent. Was ich euch aber jetzt kurz zeigen will auf meinem YouTube-Channel. Dieses Video ist neun Monate alt. Hat um die 3000 Aufrufe. Wir sind mittendrin im Video. Also ich zeige euch nicht alles, aber einfach noch kurz so als Abschluss. Dazu nehmen ist die alles entscheidende unterstützende Hand. Und zwar wie folgt. Oft wird die Pistole mit der unterstützenden Hand zu tief gegriffen, zu weit unten, zu weit hinten. Die unterstützende Hand kommt einfach irgendwie dazu, aber die Leute sind sich nicht bewusst, welche Funktion die unterstützende Hand hat. Wenn ihr jedoch die Waffe jetzt hier aus der linken Seite anschaut, dann seht ihr bereits, wo die unterstützende Hand reinkommen wird. Weil ich will so viel der Waffe wie möglich mit Fleisch kontrollieren. Also kann eine solche Handhabung der Waffe beispielsweise nicht zielführend sein, weil ich den Schlitten, respektive Upper Receiver, nicht kontrollieren kann. Schaut also bitte, dass ihr weit vorne und hoch greift. Wenn ihr das anschaut von oben, dann ist der Daumen der unterstützenden Hand und der Zeigefinger der starken Hand etwa auf gleicher Höhe. Wenn ihr hier zu weit hinten seid, dann ist der Daumen zu weit weg. Das heisst, ihr kontrolliert wieder mit Fleisch weniger von der Waffe. Also habt mal Mut, mit der unterstützenden Hand weiter nach vorne zu greifen. So, und jetzt an dieser Stelle, und ich sage euch das ehrlich. Und mein Team kann das bestätigen. Meine Trainer können das bestätigen. Warum, warum kann das jetzt nicht mal ausprobiert werden? Warum nicht? Warum muss man sich jetzt hinsetzen und beispielsweise diese Art und Weise der Handhabung, eine Faustfeuerwaffe, wie ich sie gerade gezeigt habe, warum kann das mal nicht ausprobiert werden? Warum bin ich nicht genug offen, um anderen Experten zu vertrauen und das auszuprobieren und mal für ein paar Monate zu trainieren, um alles mal selber zu überprüfen, welche positiven Aspekte daraus resultieren. Warum soll das von Anfang an gegenargumentiert werden? Warum kann man das nicht aufnehmen? Nicht, dass das jetzt irgendjemand nicht gemacht hätte, aber so funktioniere ich. Ich bin ein Produkt von vielen verschiedenen äusseren Einflüssen. Habe selber ein Hirn, analysiere, trainiere, bilde mich weiter. Bis zu diesem Punkt, wo ich sage, für mich persönlich macht das am meisten Sinn. Aber es soll mir keiner erklären da draussen, dass diese Handhabung, die ich euch jetzt kurz gezeigt habe im anderen Video und ich euch hier erkläre in einem Video, was ich nicht gemacht habe aus Reactions UCC Hamburg, sondern es ist neun Monate alt und ihr findet einige Videos sehr detailliert erklärt im Zusammenhang mit Schusswaffen, dass das, was ich hier euch zeige, nicht korrekt ist. Dann hätten wir ein Problem miteinander. Weil das gibt es nicht. Es gibt schon irgendwo ganz weit hinten eine Wahrheit. Ich könnte nicht einfach hinkommen und sagen, dass diese Handhabung nicht zielführend ist. Das wird nicht funktionieren. Tut mir leid. Es gibt Leute, die beschäftigen sich täglich damit. Und 90% aller Experten sind sich einig. Und es gibt die Beweise. Ich stehe jederzeit zur Verfügung, meine Skills und meine Überzeugung, mein Wissen mit euch zu teilen im Schiesskeller. Jederzeit. Also bitte kommt nicht mit irgendwelchen Kommentaren, dass das hier nicht the way to go ist. Bitte nicht. Bitte nicht. Diskutieren wir darüber, ob die eine oder andere Self-Defense-Technik besser ist oder nicht, aber irgendwo gibt es eine Wahrheit. Also muss man vielleicht auch mal bei sich selber anfangen. So, dann wird die Waffe jetzt zusammengepresst. Zusammengepresst hört sich ziemlich aggressiv an. Das meine ich nicht damit. Ich meine nicht, dass ihr irgendwie Muskelkater haben sollt und die Waffe beginnt zu schlottern. Nein, aber trotzdem ist Self-Defense-Shooting und Tactical-Shooting mit einer korrekten Handhabung auch ein bisschen, wie soll ich sagen, aggressiv. Ihr müsst im Umgang mit der Waffe ein bisschen nach vorne pushen, im übertragenen Sinn. Eine gewisse Grundaggressivität in der Handhabung und in der Stellung des Körpers hilft, um die Waffe zu kontrollieren. Ohne, dass wir jetzt über Mindset, Situation Awareness, die ganze Bereitschaft sprechen und natürlich auch eine gewisse Aggressivität helfen kann, um eine Worst-Case-Situation zu überleben. Aber diese gewisse Aggressivität, die führe ich in der Handhabung durch und der Rest meines Körpers, inklusive Schultern, ist dann immer noch entspannt. Wenn wir also die unterstützende Hand korrekt angebracht haben und so viel wie möglich von der Waffe mit Fleisch abdecken, dann müssen wir jetzt noch dafür sorgen, dass die Waffe auch wie eingepresst wird. Also das ist wie, ihr müsst euch eher einen Schraubstock vorstellen, da mache ich mit der starken Hand Druck von rechts nach links und mit der unterstützenden Hand mache ich Druck von links nach rechts. Und das wird dazu führen, dass sich die Waffe kaum noch in den Händen bewegt und ihr auch rasches Einzelfeuer hier schön mittig in die Zehen reinbringen werdet. Ja, also Waffe satt, korrekt, eng umschliessen und jetzt kommt so der, wie soll ich sagen, Gratis-Tipp, ist ja ein Tipps-und-Tricks-Video. Also der nächste wichtige Tipp sind die Ellbogen. Ich lasse meine Schultern locker, achtet bitte auch darauf, dass ihr die Arme nicht komplett streckt. Was ihr aber ausprobieren solltet beim nächsten Schiessen ist, dass ich die Ellbogen ein bisschen nach oben nehme. Sobald ihr die Ellbogen nach oben nehmt, hier, könnt ihr mehr Druck, ihr seht es hier vielleicht, Ellbogen nach unten führt eigentlich zu dem hier. Wenn ich meine Handgelenke steif lasse, dann Ellbogen nach unten, dann löst sich hier alles, kommen die Ellbogen nach oben, dann kann ich die Waffe zusammenpressen. Also die Ellbogen ein bisschen nach oben, um Druck auf die Waffe von beiden Seiten zu generieren. Plus Waffe so hoch wie möglich greifen, Pistol-Grip satt umgreifen, Fingerberry in die Waffe reindrücken, so hoch wie möglich relativ weit vorne und dann Pressure. Pressure. Jetzt zum direkten Vergleich, ich schiesse jetzt noch drei Schuss. Dann hören wir auf. Mit einer lockeren Handhabung und dann werde ich mal ein bisschen Druck generieren und dann seht ihr den Unterschied ziemlich gut. Ich beginne mit drei Schuss, mit einer nicht korrekten Handhabung wie am Anfang des Videos, damit ihr nochmal den Direktvergleich habt. Also alles locker gehalten. So und jetzt beginne ich mit ein bisschen Pressure. Ein bisschen Pressure. Es geht auch nicht darum, dass ich euch hier die perfekte Pro-Variante zeige, wie ich das mache nach so vielen Jahren Erfahrung und so. Es geht einfach vor allem um euch, um euch zu zeigen, wenn ihr jetzt ein bisschen Druck macht, ja, dann merkt ihr den Unterschied und das soll auch das Ziel von diesem Video sein. So, drei Schuss mit ein bisschen Pressure, Handhabung und Ellbogen. So, das reicht Community, das reicht. Den Rest könnt ihr euch selber denken. Ihr könnt gerne auf meinen YouTube-Channel kommen, euch all die Videos anschauen zur Thematik Schusswaffen. Da kommt auch noch einiges mehr. Ich hatte am Samstag, also vor einem Tag gestern, den letzten Kurs, Grundausbildung, Langwaffen-Basic-Einführungskurs. Da kommt ein professionelles Video, wir hatten ein Kamerateam dabei. Bleibt also dran, da kommt noch einiges. Zum Schluss, jetzt bitte alle gut hinhören. Dieses Video wurde von mir nicht gemacht, um Beef zu produzieren. Es soll nicht darum gehen, dass jetzt ein Streit entsteht, weil ich werde da nicht mitmachen. Ihr kennt meine Meinung auch aus den Livestreams. Immer dann, wenn wir uns nicht persönlich sehen können und miteinander sprechen können, wenn keine Emotionen entstehen, sondern ein Bildschirm und eine Kamera zwischen uns ist, bleibt konstruktiv, bleibt respektvoll. Sagt, was ihr denkt, begründet das auch entsprechend, aber bleibt bitte respektvoll. Auf meinem YouTube-Channel möchte ich nicht, dass das komplett ausartet. Schreibt in die Kommentare rein, haut rein, hackt rein. Überhaupt kein Problem, aber habt im Kopf, was ich möchte. Und solange ihr bei mir seid, möchte ich forever, weil das haben wir super gemacht in der Vergangenheit, wir überzeugen mit Qualität, wir überzeugen mit Argumenten, wir überzeugen mit Professionalität, mit jahrelangen Erfahrungen, weil es unser Beruf ist. Wir wollen nicht die tiefste Schublade aufmachen, weil wir keine Argumente haben und hacken irgendetwas in die Tastatur rein, was ihr dann nicht den Mut hättet, das mir persönlich zu sagen oder Axel persönlich zu sagen. Also, bleibt respektvoll, Kritik ist gut, schreibt rein, hackt rein, habt Freude, aber denkt daran, es ist mein YouTube-Channel, es gelten meine Regeln und ich wäre euch wirklich dankbar, wenn wir da ein Zeichen setzen könnten. Auch wenn es nur Internet ist und hier viele krumme Sachen ablaufen, haltet immer ein bisschen im Kopf, was ich gerne sehen möchte auf meinem YouTube-Channel. So, ich hoffe, das hat euch gefallen, hat euch etwas gebracht. Ich bedanke euch für den Support. Gebt ein Like, einen Daumen nach oben, haut Kommentare rein, Abonnement, teilt das Video. Vielen Dank für die vielen Feedbacks, auch direkt via Mail oder WhatsApp und wie auch immer ihr mir erreicht. Ich habe Freude daran, wir werden grösser und grösser. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Take care und bis bald. Ciao zusammen.